Hallo und herzlich willkommen, ich bin FeePokey und wir sind hier gerade beim Serverlauf durch Blockheim. Gleich geht es los, in wenigen Sekunden. Die ganzen Leute hier laufen gleich mit und am Ende gibt es ein kleines Geschenk. Einer läuft vorweg, ich finde ihn gerade nicht. Den sehen wir gleich. Ah ja, da ist er. Den laufen wir hinterher. Mal gucken, was uns der heutige Tag bringen mag. Kuchen, Kuchen. Aber ich habe keinen Hunger. Kuchen, Kuchen. Gleich geht es los, gleich geht es los. Er hat eben gerade angekündigt, 30 Sekunden nur noch. Ja, da steht es. Los geht es, alle Raisen hinterher. Alles klar. Jetzt bin ich gespannt. Einige trinken ihre Tränke. Oh, das scheint ja schnell voranzugehen. Sind ja alle schneller als ich. Alter Schwede. Oh, einige bleiben zurück. Einige bleiben zurück. Ah, aber da kommen sie schon alle. Haha. Ja, ich kann doch rückwärts laufen. Ja, richtig gut. So, und falls ich mal Hunger habe, habe ich etwas Brot mitgenommen. Und falls ich mich mal verlaufen sollte, seht ihr auch, dass ich einen Kompass mit dabei habe. Ja, ich bin vorbereitet. Vorbereitet. So, gerade laufen wir bis eben noch durch... Oh, Kuchen. Geil. Ist besser als Brot. Gerade eben waren wir hier noch bei den Gleisen, wo man dann in jede Himmelsrichtung oder eine der vier Himmelsrichtungen fahren konnte, könnte. Diesmal sind wir nur durchgelaufen. Ich glaube, es hätte auch sonst zu lange gedauert, wenn wir jetzt alle mit Lure fahren würden. Und es wäre auch am Ende auch kein Lauf. Ja. Und weiter geht's, weiter geht's. Der Wikinger läuft, der rothaarige Wikinger läuft immer vorweg. Da, da war er eben. Hier haben wir eine Lyra, Lyra vor uns. Ja, kann man sich mal die ganzen Leute hier ansehen, ne? Eine Miss Luana. Uh, Lyra ist ins Wasser gefallen. Jetzt hier durch die Felder, durch Blockheim. Eine Hana haben wir direkt vor uns. Ich finde aber auch ganz lustig, jetzt so die Leute mit ihren Skizzen... Oh, jetzt sieht man ja hier fast gar nichts mehr. Mensch, jetzt muss ich hier wirklich aufpassen, dass ich nicht stolpere. Oh ja, ich bin auch wieder fast ganz hinten am Schlusslicht. Ach, da warten sie schon alle. Ach, das ist sehr nett. Ach, gleich mal hier was von den Kufen verspeisen. Ach, lass mich mal hier ran. Ja. Ja. Gut. Vorsicht, da kann man sich verbrennen. Na, wen haben wir hier? Ein Fototörtchen. Sieht aus wie so ein Kobold. Und der hält einen Keks in der Hand. Was haben wir denn noch für Leute? Ein Junge in blau. Ein Steve. Oh, geht schon los. Und weiter. Weiter, 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 weiter. Ah, verdammt. Die stehen ja alle im Weg. So, wo sind wir jetzt? In einem Haus. Durch den Hintereingang. Durch den Vordereingang. Hier sind wir wieder auf dem Zentralplatz. Laufen wir weiter. Die Stadtteile. Die Brunnen. Park. Oh, ein Vogelhäuschen. Oh, oh, oh. Nicht ablenken lassen. Nicht ablenken lassen. Sonst haben wir ein Problem. Nein, ich habe mich verlaufen. Ach, ne. Da unten sind sie. Ach so, ach so. Puh. Mensch. Ich dachte schon. Ach du meine Güte. Da hinten sind sie alle. Jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Einen Dennis haben wir vor uns. Ne, Danis. Oh. Es sieht ja recht gemütlich aus hier unten, ne? Also wer es mag, ne? Oh, wieder Kuchen. Mein Kuchen, mein Kuchen. Wen haben wir hier? Ein André 1603. Was ist denn das für ein Skin? Assassine? Bergarbeiter? Oder ein Mix daraus? Weiter geht's, aber wohin? Ach, da, da. Da laufen sie alle. Ah, verdammt, bin ich gefallen. Ach, da gehen sie hoch und die springen hier runter. Das geht doch nicht. Ach, du je. Was ist hier? Schon Pause oder wie? Ja, hier, weiter, weiter. Hier sind wir wohl in so einer Mine. Na, und jetzt an einem Supp. Hier geht es nicht durch. Bäumeweg, ah, und die ganzen Leute, Mensch. Müssen sie alle in mich reinlaufen. Was müssen wir jetzt schwimmen? Ich dachte, das ist ein Serverlauf und kein Server schwimmen. Okay. Der ist so schlecht, Leute. Darüber muss ich wieder lachen. Ach, so ne Scheiße, muss man kommen. Ja, 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 wir sind mal wieder ganz vorne. Ah, ii, ii. Was sind das für Geräusche? Ha, jetzt laufen endlich alle mal mir hinterher. Ja, ja, da kommen sie alle. Oh, rückwärts laufen ist echt nicht einfach. So, hier hoch, hier hoch. Was sind wir jetzt? An einer Gaststätte. An einer Gaststätte. Und es geht weiter. Sehr schön, sehr schön. Und den Leuten hinterher. Was standen da? Vorsicht, Bahnübergang. Ah, wer hätte das gedacht? Ah, jetzt habe ich auch wieder Zeit verloren. Und jetzt bin ich wieder ganz hinten. Ha, wie sieht er alle rumwuseln? Hier hoch, denke ich mal. Den Weg entlang, sehr schön. Jawohl. Ach, und hier runter geht's. Ah, und jetzt sind wir auch hier wieder in dem großen... Ja, was ist denn das eigentlich? Ah ja. Hier in, äh, die Gladiatoren-Arena. Ha, ich bin schlau. Oh, ich laufe die innere Kurve. Spart man sich ein bisschen Weg. Und jetzt geht's auf einmal hier durch. Ach, wieder irgendwo runter? Ah, okay. Wo sind wir jetzt gelandet? Gibt's was, gibt's was zu klauen hier? Nee, gibt's nicht. Da schwimmen sie alle. Ach, gegen den Stromschwimmen ist ja echt schwierig. Und ich bekomme wieder Hunger. Merke ich gerade. Na, vielleicht gibt's wieder Kuchen. Da klettern sie gleich wieder hoch. Okay. Oder zumindest laufen da welche entlang. Da oben. Ach Mensch, lauf mir nicht in die Kamera. Fototörtchen. Ah, hier geht's hoch. Und dann mal hochklettern. Sind wir jetzt wieder in so einer Krypta? Mal schauen. Nee, das ist die Affairbaumplantage hier. Oh ja, Kuchen, 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 Kuchen. Alle das. Alle da? Fragezeichen. Ja, natürlich. Ich schalte mal den Chat aus. So finde ich es irgendwie cooler. Dann steht auch nichts im Weg. Aber da muss ich wirklich aufpassen wegen der Hungeranzeige. Die sehe ich da nicht. Da fliegt jemand. Flyhack, Flyhack, Flyhack. Ach nee, das ist der Zaun. Wenn man draufsteht, dann sieht das immer so aus, als würde man fliegen. Ja, ich lauf eine Abkürzung. Haha. Ah, aber es leckt schon so sehr. Mensch. Die ganzen Leute sind das. Nur die Leute sind schuld. Und mein langsamer Rechner. Puh, Mensch. Also nach so viel Lauferei. Boah. Da wird ja ein... Schon ganz angestrengt. Hier kann man nicht mehr richtig laufen. Ah, da laufen sie in die Kirche rein. Mensch, und ich nur hinterher. Oh, ich bin so langsam. Weiter, 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 weiter. Ach, und da gehen sie jetzt hoch. Vorsicht, nicht die Treppe runterfallen. Ah, ja, jetzt geht's hier hoch. Okay. Oh, Vorsicht. Mensch. Und jetzt sind wir... Sind wir alle hier oben. So, und jetzt müssen wir alle in den Brunnen runterspringen. Oh, ja, da geht's wirklich sehr tief runter. Da, Flyhack, Flyhack, Flyhack. Und? Steht da jetzt was? Endstation. Ach so, hier ist es zu Ende. Super Sache. Geil. Mensch. Dann würde ich mal sagen, das war's schon. Mit unserem Serverlauf. Jetzt schauen wir uns noch die ganzen Leute... Oh, was hat man hier bekommen? Ein Minion-Kopf. Ein Minion-Kopf. Cool, kann man sich aufsetzen und dann sieht jeder aus wie so ein Minion. So, liebe Leute. Das war's von unserem Serverlauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Video dazu gibt's bald auf YouTube. Genau, steht im Chat. Und, ja, dann, äh... Würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Zu einer weiteren Folge. Ich bin für Poké. Und, ja, dann bis bald. Ciao. Uh, so viele Minions. So viele Minions.